Hallo ihr Lieben, mein Name ist Linda Klein, ich bin 28 Jahre alt und komme aus dem schönen Saarland in Deutschland. Meine Muttersprache ist Deutsch, ich spreche ja aber auch Englisch und Spanisch auf B2-Niveau. Somit weiß ich, was es bedeutet, eine neue Sprache zu lernen. Aus diesem Grund lege ich in meinen Klassen besonders viel Wert auf Konversation, denn das ist sehr, sehr wichtig, um eine neue Sprache zu lernen und das, was meistens fehlt. In unseren Klassen können wir über alles sprechen und alles behandeln, was euch gerade bewegt und interessiert. Sei es die aktuellsten Themen aus der Welt, euer nächstes Vorstellungsgespräch oder eine Fachpräsentation für die Arbeit. Was es auch ist, lasst es mich wissen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, mit euch euer Deutsch zu verbessern und ich freue mich, euch kennenzulernen. Bis dann!